Superleichte Zeichnungen Hallo zusammen! Willkommen bei Superleichte Zeichnungen! Heute zeige ich dir, wie man einen Totenkopf malt. Schritt für Schritt. Lasst uns anfangen zu zeichnen! Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann zögere nicht, es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt.